Ja, wie jetzt? Hoch oder runter? Was will er denn nun, der Markt? Das ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen. Wenn wir hier mal im 4-Stunden-Chart schauen, war die letzte starke Bewegung am 18. Januar von oben nach unten gegangen und alles, was wir danach hatten, ich mache das mal groß, dann seht ihr das besser, diese Aufwärtsbewegung, vergessen wir mal die Linien hier alle, die können wir theoretisch vorläufig erstmal den Hasen geben, aber machen wir mal alles weg hier. Diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, sieht korrektiv aus mit den vielen Gegenbewegungen. Umgekehrt, wie sieht denn diese Abwärtsbewegung aus? Ist die denn jetzt stark, so ähnlich stark, wie wir die haben? Dann wäre das hier ein wunderbarer Short-Einstieg. Aber wenn wir uns die mal anschauen, zum Beispiel hier in dem 5-Minuten-Chart, dann sehen wir, dass diese Abwärtsbewegung ja nun ebenfalls alles andere als stark aussieht. Man muss wirklich sagen, das ist ja wieder so ein korrektiver Krempel. Also der Markt legt sich noch nicht fest. Egal, ob der vordere Teil wackelig hoch, der hintere Teil wackelig runter, das sieht alles noch nicht wirklich konkret aus. Aber für uns kurzfristige Händler gibt es etwas, was zumindest mal im Moment relativ konkret aussieht. Und das ist beim DAX die Strecke von hier unten. Das ist, wenn ihr das datummäßig festlegen wollt, heute Mittag passiert bis aktuell quasi. Und dann seht ihr, dass diese Strecke verhältnismäßig stark ist. Die kann noch weiter gehen. Also ich habe keine Ahnung, wie weit die geht. Das ist für mich ehrlich gesagt auch gar nicht so wichtig. Ich weiß, viele sagen, doch, doch, das ist für mich jetzt wichtig. Kann ich da jetzt noch einsteigen? Ich steige an dieser Stelle ungerne bis gar nicht ein, ehrlich gesagt. Aber was ich jetzt auf jeden Fall schick finde, ist, wenn der Markt hier noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen hochklettert. Das muss jetzt nicht so lang sein, wie ich das jetzt hier völlig aus dem Lamen gezeichnet habe. Aber wenn wir irgendwie noch weiter hochgehen und danach wieder irgendwie dreiwellig runter, ihr denkt immer dran, wenn eine Seite stark ist und die andere Seite dreiwellig, dann schließt sich anschließend da noch mal eine Bewegung an in die starke Richtung, die wir da haben. Also das ist etwas, was ihr im Hinterkopf haben solltet als grobe Idee. Hier war es im Kleinen. Das ist jetzt ja schon Geschichte. Aber nochmal einfach, dass ihr das seht. Wenn eine Seite wirklich stark ist und die andere dreiwellig, dann sind diese Zwischenhochstrigger für die Fortsetzung in starke Richtungen. Und genau das könnte uns hier ebenfalls nochmal blühen, wenn das die starke Richtung ist, dass die schwache Richtung hier sein wird. Das wissen wir noch nicht. Aber wenn sie schwach ist und schwach ist immer irgendwie mehrfach mit Kurzüberschneidung oder von mir aus auch nur A, B, C, dann sind diese Trigger mögliche Einstiegspunkte für die Longseite. Und wer sich jetzt wünscht, Mensch, sagt doch das, wenn es passiert. Ja, ich kann ja jetzt nicht warten. Am Ende passiert das erst heute Abend. Die Videos erwartet ihr ja natürlich am Nachmittag. Und da ist jetzt in diesem Moment zumindest dieses Szenario noch nicht zu sehen. Also noch kein Trade. Aber meine jüngste Erwartungshaltung ist auf dem Weg nach oben. Und wer jetzt sagt, Mensch, aber Rüdiger, du hast doch schon ein paar Mal erzählt, wenn das wackelig runtergeht hier irgendwie, dann sind doch das hier Trigger für die Longseite. Das gilt nur, wenn die vorangegangene Seite stark war. Naja gut, immerhin ist die relativ stark gewesen. Aber wir haben es eben übergeordnet gesehen. Das insgesamtige Gezuckel nach oben war nicht so besonders stark. Deshalb bin ich da nicht so 100% glücklich. Das finde ich also nicht ganz optimal. Nichtsdestotrotz, ein Rücksetzer würde uns ja eh günstigere Einstiege bringen, engere Stops bringen und viel bessere Chance-Risiko-Verhältnisse. Also insofern würde ich das auf jeden Fall abwarten, bis wir hier die nächste Korrektur haben. Und dann habt ihr eine Idee, wie man damit sinnvoll umgehen kann. Ich habe das beim Nasdaq gesehen, im 5-Minuten-Chart. Wir wollen ja hier auch gerade für die Intraday-Händler immer wieder mal so ein bisschen die Ideen bereithalten. Und da muss ich sagen, im 5-Minuten-Chart, das ist Nasdaq. Das Hoch von 27. Also noch von vor dem Wochenende. Das Hoch. Jetzt überlegen wir mal die Abwärtsseite. Okay. Und jetzt gucken wir uns mal die Aufwärtsseite an. Also das hat schon was von Trigger hier für weiter abwärts. Jetzt mache ich immer noch gerne zwei Tests. Nämlich Test Nummer 1. Der muss ja in meine Lieblingszone, in diese Box reinfallen. Wie komme ich drauf? Höchster Punkt, tiefster Punkt. Und dann sollte er in etwa 61, 8, 38, 20, kann ein bisschen drunter, ein bisschen drüber. Jawohl, hat er gesehen. Zugegeben, ein bisschen knapp. Aber knapp ist auch drin. Also insofern kann man sagen, das ist, das ist jetzt eine Trading-Idee, die man machen kann, sehr kurzzeitig. Die Idee ist, wenn er das hier nach unten triggert, dann die Short-Seite. Vorsichtig. Gleich ein Disclaimer. Erstens mal, ich darf euch gar nicht auffordern, das zu handeln. Zweitens, es ist nicht sicher, dass das passiert, was ich erwarte. Was erwarte ich denn? Ich erwarte eigentlich, dass das, was wir hier vorne haben, dass das, was wir hier haben, da nochmal passiert. So, das heißt, Ziele in etwa bei 11.870, ganz grob, wohlgemerkt, das ist NQ, das ist auf Nasdaq 100, der aktuelle Future, also der März-Kontrakt, den wir da haben. Also, sprich, wenn er diese Marke noch durchstößt, die liegt beim Future ziemlich genau bei 12.060, also 12.060, wenn er die jetzt durchstößt, das kriegen wir jetzt hier sogar live während des Videos mit, wäre das ein möglicher Trigger für die Short-Seite? Mit Erwartungshaltung, dass er diese hier auf jeden Fall erreicht, es kann ein bisschen weniger sein, gerne aber auch deutlich mehr. Jetzt haben wir das. Hier für die Abwärtsseite, wenn ihr das Video seht, vielleicht ist er noch in der Nähe, vielleicht macht er ja auch noch sowas, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt da diese Position nochmal aufrechterhalten könnt. Und ihr seht ja, hier ist er ja auch zwischendurch nochmal ein bisschen entgegengekommen wieder und dann hat man die Möglichkeit, vielleicht später dann da auch nochmal reinzukommen für den Fall. So, jetzt haben wir den Einstieg besprochen, das ist dieses Zwischentief, der ist Target besprochen und jetzt noch den Stop. Dafür gibt es zwei Varianten, die wir regelmäßig handeln. Variante 1 ist die 78er Marke, da messen wir einfach vom Einstiegspunkt bis zu diesem, nee, genau, falsch rum, umgekehrt, vom höchsten Punkt bis zum Einstiegspunkt, jetzt nochmal, bis zum tiefsten Punkt. Das ist im Moment da. Stimmt das? Ich sehe die Linie nicht. Ja, doch, passt. Und dann die 78er Marke. Das ist ein relativ enger Stop, aber ihr seht, ein Vorzug ist, wir riskieren so viel und wir gewinnen so viel, wenn die Idee aufgeht. Ja, nachzieh, Stop ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ihr erinnert euch, super Trend. Ist mir ein bisschen zu eng im 5-Minuten-Chart. Mal gucken, 15-Minuten-Chart. Ich bastel das jetzt mal mit euch, dann könnt ihr mal sehen, ah, der ist doch schon viel besser. 5-Minuten-Chart war mir zu eng. Notfall spult das Video ein bisschen zurück. Im 15-Minuten-Chart kriege ich alle 15 Minuten so einen Punkt hier. Super. Ja, das ist etwas, das finde ich eigentlich ganz passend. Ist schon ganz schön eng, aber dafür werden die Risiken auch relativ schnell sehr viel geringer sein. Und ihr seht, das ist meine Chance-Risiko-Relation, die ich hier habe. Ich weiß nicht, ob der gut geht, der Trade. Aber ich riskiere verhältnismäßig wenig mit einer Chance, relativ gut hinterher zu ziehen. Ihr seht immer in Trendbewegungen, das war eine. 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 Läuft das relativ gut. Nicht perfekt. Manchmal wird man hier ausgestoppt vielleicht, aber insgesamt kann man sagen, doch, doch, wenn es einen Trend gibt, und wir erwarten ja hier einen Trend, ist die Chance, dass wir mit diesem Stop einigermaßen weit kommen, nicht so schlecht. Wenn man sagt, ich will noch seltener ausgestoppt werden, nehmt ihr nochmal einen etwas langsameren, zum Beispiel einen 30-Minuten-Chart oder sowas in die Richtung, dann ist er allerdings noch ein bisschen weiter weg. Ihr werdet mehr Situationen überleben. Allerdings, das Nachziehen ist schönerweise dann nicht mehr so häufig, nur noch eine halbe Stunde. Aber ihr werdet natürlich immer ein bisschen weniger absichern. Vielleicht finde ich den auf halbe Stunde sogar noch besser. Dann hat man ein bisschen weniger zu tun. Er ist immer noch relativ dicht dran. Das passt für so Trendsituationen nach wie vor. Übrigens, wenn wir uns auf das Ziel zubewegen, machen wir ja immer noch, viele von euch wissen das im Bond for Trading, dass wir den Stop dann wechseln. Ab der 70er-Marke wechseln wir auf den engeren. Wenn ihr seht, immer dann, wenn wir unsere Zielmarken so halbwegs erreichen, wenn wir sagen, jetzt hat er doch das wieder gesehen, dann zieht der typischerweise enger ran. Nicht immer, aber typischerweise ist der enger dran. Also ab der 70-Prozent-Marke, die liegt hier jetzt ungefähr bei 11.952 hier oder 53, wenn ihr die erreicht, nehmen wir den engeren dieser beiden, also Supertrend und Parabolik, damit wir möglichst viel dann absichern, wenn er ja schon ein gutes Stück gelaufen ist. Aber das sind Variationen, über die könnt ihr euch noch Gedanken machen. Im Bond for Trading gucken wir immer genauer. Wenn euch das interessiert, könnt ihr da ja mal euch das anschauen, ob das was ist. Da erarbeiten wir uns das ja regelmäßig, aber jetzt hier will ich euch das gerne mal so im Video mal ganz kurz feststellen, also auch für diejenigen, die da nicht mit dabei sind, damit ihr so ein bisschen seht, wie basteln die die Geschichten. Nochmal der Hinweis, ich habe keine Ahnung, ob der gut geht, der Trade. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es genauso gut wie ihr, nämlich gar nicht wahrscheinlich, aber ich weiß, dass wenn er gut geht, verdiene ich sehr viel mehr, als wenn ich verliere. Und die Chance zu verlieren ist in Anbetracht dessen, dass dieses Verhaltensmuster sehr typisch ist, Schub in die eine, ABC in die andere, Fortsetzung nochmal, die ist relativ groß und deshalb bin ich ein ganz großer Freund davon, von dieser Überlegung und gebe euch das sehr, sehr gerne als Idee immer mal wieder mit. So, das war jetzt ein 5 Minuten Chart. Ich habe aber sogar noch etwas anderes für euch vorbereitet und das ist etwas, wir werden sehen, wie erfolgreich das sein wird. Typischerweise ist es aber sehr erfolgreich, das sind diese blauen Dinger. Wenn ihr dazu was sehen wollt, ich habe euch entweder den Screenshot schon geschickt eben im Born for Trading und im Trade des Tages stelle ich den ebenfalls vor mit den konkreten Einstiegsmarken. Und ihr seht schon, dass Ausbrüche dieser Art doch in der Regel gar nicht so schlecht sind, nicht immer. Und jetzt kommt eine Besonderheit, weil den, den wir jetzt hier haben, wenn ihr das euch gleich anguckt, werdet ihr sehen, die Long-Seite, die habe ich mir schon gespart, aber die Short-Seite gilt noch. Guckt mal hier, da war die Long-Seite auch nicht so erfolgreich, man konnte zwar nachziehen, war ein kleiner Verlust hier nur, aber die Short-Seite, als er die getriggert hat, die hat dann funktioniert. Das ist ganz regelmäßig, nicht immer, aber häufig so, dass wenn die eine Seite nicht funktioniert, dann die andere klappt. Also da habt ihr nochmal die Chance auf einen sinnvollen Trade, der dann sogar einigermaßen synchron ist mit dem, was der Nasdaq, das wir da eben gesehen haben. Schaut es euch gerne an im Trade des Tages, stelle ich den bereit und die, die bei Born for Trading schon dabei sind, kriegen die ja sowieso immer. So, und dann haben wir noch einen letzten Blick auf den Dow Jones, da gucken wir auch nochmal drauf. Der tickert ja immer ein bisschen anders, wie seine Kollegen hier Nasdaq und S&P. Das ist eher wie der DAX, starke Aufwärtsrichtung, dementsprechend nochmal wackelig runter. Also das ist nahezu das Gleiche, was wir beim DAX eben besprochen haben. Trigger auf der Oberseite. Wie das in der Short-Seite aussieht, das haben wir uns eben beim Nasdaq angeguckt, wie das auf der Long-Seite aussieht, das ist jetzt eure Übungsaufgabe für den Fall, dass es irgendwie korrektiv runter geht. Könnt ihr das Gleiche ja nochmal machen. Schaut euch das Video gerne nochmal, auch langsam nochmal an, dann kommt ihr sicherlich dahinter. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal viel Spaß mit den Märkten, natürlich viel Erfolg, egal für was ihr euch jetzt entscheidet, wie ihr damit umgeht. Ich drücke euch die Daumen, liebe Grüße.